Heute feiern wir in allen Kontinenten den Gründonnerstag. Also die Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit den Seinen, bevor er dann in Jerusalem hingerichtet wurde und, wie wir glauben und erhoffen, den Tod überwunden und außer Kraft gesetzt hat. Jesus hat dieses Pessachmahl nicht mit allen gefeiert. Er tat das mit dem engsten Kreis seiner Jünger. Die heute leeren zwölf Hocker im Kirchraum sollen das symbolisieren. Der Inhalt all dessen, was mit dem Namen Jesu in Verbindung zu bringen ist, seine ganze Geschichte verdichtet sich noch einmal wie ein Testament, das er hinterlässt. In dieser einfachen Szene seiner letzten Begegnung mit den Seinen vor seiner Hinrichtung. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hergibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn auch ihr ins Leben setzt, was ich euch gesagt habe. Nur daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander so liebt. In den letzten Tagen habe ich noch einmal ganz neu verstanden, was das heißt und was es bewirkt, wenn Menschen bewusst oder unbewusst diesen Dienst an den Menschen vorziehen. Die ihr Leben einsetzen, hergeben, um andere zu pflegen, zu heilen, zu ermutigen und ihnen beizustehen. Viele haben in den letzten Tagen ihr Leben in den sehr konkreten Dienst der Menschen gestellt. Auch an uns. Wir nennen dieses letzte Abendmahl Jesu auch Eucharistie, das heißt Danksagung. Den vielen, die sich in dieser Zeit in den Dienst am Menschen stellen und dabei oft bis an ihre Grenzen gehen, gilt heute, auch im Namen Jesu, auch unser besonderer Dank.